ja hallo hallo meine lieben freunde es ist mal wieder ein replay entstanden nach langer zeit und wir sind hier in den 150 und das ist mein fünftes gefecht mit diesen panzer und reines sechsergefecht hier scharkow und ich fahre gleich hier mitten in die stadt kv 85 schreibt schon ein gut naja ok ja warum zeige ich jetzt hier diese runde ist es ein panzer ich kann es glauben das gefecht panzer hast und da dachte ich mensch das läuft ja gut mit dem vielleicht wird das mal neuer liebenspanzer im sechser gefecht ja aber die nächsten beiden gefechte nummer 6 und 7 waren total der einfall das war also eine glückliche runde das ist schon mal so vorausgesagt weil dass sich das auch lohnt hat er ist hinter dem haus zu sehen muss mir hier noch ein bisschen die gegner suchen dass er kommen will wohl erst mal 300 rein ins gesicht da kommen weil wir jetzt jetzt wissen man kriegt da noch ein hat mir zwar auch einen rein gedrückt wird hier auch nicht großartig beachtet wo kommen wir das jetzt weg 150 flurtanks repariere ich lieber gleich ich dass ich hier noch anfangen zu brennen habe zwei feuerlöscher dabei aber muss ja nicht sein eine schöne lücke da er braucht das auch noch mal 300 in die seite vom pudel hügel aufklärung schaden noch mal ich bleibe jetzt hier mal lieber hier erst mal eine seite wie sich das entwickelt so und da da schadkopf kenne ich noch nicht so gut die karte und noch mal 300 für den pudel da wer nee das ist hinterm haus das ist mal ein bisschen irreführend da wollte ich eigentlich drauf fahren gott sei dank ich kippe nicht um oh da steht kv2 ja den habe ich mir verdient 341 das war böse 5 zu 4 ist derzeit ja und der brennt weg jawoll 387 und dann brennt er der jagdpanzer das ist das 4 wurde gleich erledigt wo jetzt kv2 nochmal in den motor rein auch erst mal 265 reingedrückt vor und nicht klauen jawoll und weg kill nummer 2 war das steht 10 zu 7 wie man sieht da muss man sich die gegner suchen ja es ist eine wirklich glückliche runde macht aber auch spaß der tier 150 also wirklich auch wenn die nächsten beiden gefechte mir was anderes wieder geblieben haben aber das wahrscheinlich auch guck mal wie das team so ist und wie man startet und ja manchmal steht man sich auch ein bisschen doof an ja zum beispiel da fährt weit hoch kippt um so ist bloß noch ein schwerer also ich hätte das nicht gedacht dass hier dafür so jetzt da hier m6 und brennt jawoll fackel 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 und tschüss ja aber die hummel trifft mich trotzdem gibt es ja nicht so jetzt fahre ich nur wild hier und her da ist nicht mehr viel zu holen drei kills ja ich hätte nicht gedacht dass ich dafür das Panzerast bekomme also man sieht jetzt ich denke hier es geht hier durch aber wenn man auf der Karte guckt da geht es noch gar nicht durch ja das war wieder richtig hohe von mir in die falsche Richtung gefahren ja ich fahre jetzt hier noch ein bisschen hin und her hinterher hin und her hinterher eine Art die noch eher wie falsch geht passiert nicht mehr so viel ich würde jetzt auch vorspulen also ich hätte nicht gedacht dass ich da wirklich ich kann es nur wiederholen dafür ein Panzerast mein lieber Schwan nein das liegt bestimmt daran dass es ein rein Sechsergefecht aber auch nicht naja der Maus hat ja gesagt zur Zeit machen Sechser am meisten Spaß muss ich auch bestätigen ich spiele auch sehr viele Sechser in letzter Zeit aber da eher mit dem äh Norbert dem das gibt es da nicht jetzt habe ich dieses Nashorn Norbert oder mit dem KV2 und die zu 100Y oder mit dem Schweden so ich denke ich ja ich fahre hier ein bisschen hin und her ich äh sage schon mal ciao und wir sehen uns in den Stats oh so und das war's so bis dann ciao so dann sind wir uns jetzt angekommen so das ist äh wie gesagt das Panzerast also wenn bei dem ähm normalen ist sogar noch der Richtschütze dabei der fehlt jetzt hier so haben wir hier Handgottes Schläger Brandstifter und Wirkungsfeuer und dann haben wir ja äh das Großkaliber noch ein 53.298 Credits XP kommen wir später die ist ja durch diesen Bonus da und dann 1 und Bones ja ein Teamscore ja da auf der Gegenseite war nicht so viel los ne und das war eben die glückliche Runde und DTW Report neunmal geschossen neun Direkttreffer ja und dann äh gehen wir hier gleich zu abzüglich Repair und Munition ne bleiben dann 46.910 dann die 1241 XP mal 2 und dann dieser ähm Bonus den es immer gibt für die ersten gewonnenen Gefechte kommt dann eben die 708 7.448 XP und 186 ja ähm ja komm ich jetzt nicht drauf naja okay ja das war ne glückliche Runde mit den äh meine Güte jetzt ist mir ähm T150 so ja mal sehen wenn das nächste Video kommt naja bis dann macht's gut ciao